ich habe gerade kurzzeitig angst gekriegt warum warum werden wir so ring angezeigt der kleinere ring ist eine feuerreichweite der hat der kleinere ring seine entdeckungsreichweite und der große ist wie weit schließen kannst ja ich dachte schon dieses komische game das würde da nicht abcd stehen ja das stimmt das klingt als wenn er gut immer durch die blechdose und spielen bei uns wo wir werden haben wir uns in der fräder in der haus was was wir gehört ja aber oder geht wenn wir nehmen abc ja jetzt bt also ich werde tun die er alle erfahren okay dann gehe ich zu die ich brauche ich brauche ich brauche doch backup ja ich ja wohin jetzt der witz der d 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 Tech Headset G30 Plus Serie? Nein, äh, Throft GTX. Der Blechmann. Das hört sich nur so blechig und schrottig an, weil wir im gleichen Raum kommen, der sehr gut ist. Also das war jetzt die böteste Lache, die ich je gehört habe. Tobi, meinst ihr, wie viel von der Lache du hören wirst, wenn ich euch tatsächlich besuchen komme? Oh Gott, ich bin krank. Da freue ich mich immer noch total drauf. Jaaaaaa! Oh Gott. Oh Gott, schämt es! Hast du ihn noch gar nicht vorgewarnt? Ja, ich weiß Bescheid, aber ich meine, dann kommst du ja in mein Reich und das ist nicht wahr. Du hast keinen Reich, ich hab den letzte Eimer. Wenigstens hab ich einen! Ja, mehr wie du, ja. Mehr wie du je besitzt. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache mit der Isokasi, ich mach einfach irgendwas. Aber ich überlege mir gerade hier, oh. Ich überlege, oh. Aha. Hab ich für Torbreichweite 5,5. Den kann ich doch drauf bedienen, ey, du. Hallo? Ich will das nicht sterben. Na, allen kannst du nicht ausweichen, mein Freund. Oh, wie nasty. Jetzt hatten wir sie beschissen. Dann hat er eh den Ding geklaut. Ah! Ich werd sterben, ich werd sterben, ich werd sterben. Ich brenne für die Sache! Das ist gut. Burn, Baby, burn! Und gleich mache ich einen... Soll ich den mitnehmen? So kann... Reicht das, wenn ich den ramme? Ja. Bevor ich... Ja! Nein. Nein. Ja! Nein! Ach, Manu! Ich dachte mir, komm, wenn ich sowieso schon draufgehe, nehm ich noch einen mit. Aber ich habe ihm empfindlichen Schaden zugefüßt. Mann! Oh, der hat mich doch tropiziert! Oh, was? Klickt hin und wieder bei der Mikroaktivierung. Ja, Nossi, ich hab schon gesagt, das klingt so ein bisschen wie ein Kabelbruch. Weil ich kenn das von meinem Headset. Weil, wenn du freiwillig wegkriege, immer wieder gerne her damit. Mhm. Oh, hey, dann ja eh. Na du, erst klar mit dir. Wurdest du schon mal getorbt? Nein? Das können wir, äh, einreden. Das können wir jederzeit gleich ändern. Nein! Morgen! Oh, ich hab dich falsch eingestellt. Ries, blöde Kuh. Man merkt, das Schlachtschirm ist nicht am Tag. Oh, Luca. Nennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennenn wie hat er jetzt abgeräumt oder und für live sag mal schämst du dich nicht ich bin schlachtschiff das schlachtschiff gerade die north carolina das ist nicht ein vorbild das war nicht gut nein nein ironischerweise gesagt habe so fährt man schlachtschiff von ja er hat dich er hat dich beim wort können was kannst du dem toby nicht sagen also ich frau ich bin doch eigentlich ja ich gehe ja schon an die freund nach wenn ich die insel um und habe ich habe theoretisch auch ein headset aber ich benutze nicht mehr weil ich ja nur noch mit dem rot hier und quasi bin warum hat deine bei jungen eigentlich eine rote tarnung weil ich beim element mitgemacht habe aber die elemente element bett das ist mir heute schon mehrfach aufgefallen dass die schiffe teilweise so eine eklige blutrote ich habe nichts von baguette gesagt entschuldigung ja ich habe jetzt gerade das kopfkino ist es ist nein und das war's was rt steckt sich trennen rt rt ich muss mich entschuldigen für die beiden jungs die gar nicht so wie er die zufällig über die kreuzieren na rt nun das war aber für diese folge wollen er hat mich gut über die oberfläche in einer nachgabe an der jahre ist es gut als Prozent der Söhne nehmen und die Öl und Dau Prozent und was auch da hat er schon Prozent Prozent wir sind ja gar nicht gar nicht scheiße die sind total ich habe ein Volk zum Thema scheiße gleich die Orte der Nachwuchs in der Porta an lassen alle das war das Niveau nicht verschickt weil wir eben so da braucht es braucht du nicht zu verstehen dass du kannst du nicht mal baum sag mal tobi konntest du vielleicht auch mal mitspielen was hast du nur eine viel treffe einmal o3 im brand gesteckt eine wassereinbruch ein toten zweiter pilote ein auf nur spazieren gefahren ja 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 gut ich habe auch nicht über die 3 und 16 ziel soll ich soll ich soll ich auch mal mit dem pack packett kommen du bist du bist du bist du bist du bist ein amerikaner ich bin das baguette so sorry for my friend die was in englisch so unglaublich hat eigentlich mal irgendeiner was in der chat geschrieben dieses bin hatte knacken wegkriegt ja die unterhalten sich irgendwie die ganze zeit grad hier über über setzte da sind ich gesehen ich habe schon total abgeschaltet das ist irgendwas mit einstellungen stand davor hin oder einstellung einstellen so gute kiste da gibt es viele einstellungen sind eigentlich immer gut jungs aber warum dachte ich schon mal vor der internet bin ich eigentlich ich bin ein kreuzer ich gehe zu b ich oder doch ich gehe nicht zu a ich setze mich an die spitze ja ich mach mal dann ich gehe einfach mitten durch b mitten durch b ja man bitten so sehr cool i have to pull a chicken with you now because you are not heavy on wire weil die kurs gerade sie habe nur gemacht eine 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 spaziergang bei ist neu ja aber josh has not to be gone gassi weiße das hat mir gefallen kann ich hätte doch mal sagen bitte mit ein bisschen mehr röhrer 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 ich denke ich habe mich vor wie jemand so neustrot kauft auspacken die handel an die bagel aber krabbelt dann beziehungsweise zurück когда a sie noch schauen your wood zu klein davig schön da wie schön dass ihr zwei euch jetzt über technik unterhalten könnt ihr ihr vielleicht auch irgendetwas hat für meinen kleinen schädel empfehlen im coming wer ab dem und von was wurde ich entdeckt ich auch von dem ich bin er nach ist ich dachte gerade schon wieder ein zerstörer unterm arsch ja zerstörer sterne zerstörer ich warte kann ich ich muss ja kurz statt schicken kann 6 die ganze von pferd zu zähne Da hinten kommt noch die Wyoming. Sechs hab ich gesagt, ne? Sechs. Ja, ich muss leider noch ein wenig ran. Kannst du dich um meinen Schwesternschiff, um meinen gehassten Zwillingen... Was? Ich bin gleich da. So, okay. Tschüss, Dämoni, aber schön mit dir. Was? Du kannst mich doch nicht allein lassen. Oha! 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 Oho! 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 Ich sag Hellmutter zu, die olympischen Ränge. Geht weg! Oh! Ausgelaufen. Na warte, du Arsch. Das! Also, nicht. Schau. BAM! Innofils. Wie sie umdreht und wegfährt! Wie sie umdreht und wegfährt! Das fand ich ihr scheißernst. Ach, ich hab ja gar keine Sacken, ne? Nein. Kann ich doch bald. Hui. Schieß! Schieß! Jawohl. Gleich. Lulululu. Krieg ich sie noch? Ja, warte, bis das den Kellen holen kann, Alter! Du bist so ein Arsch! Ich seh das, wie er die ganze Zeit auf dieses scheiß Schiff zieht, Alter! Joby! Nein. Wie er gewartet hat, ey! Ja, ist in Ordnung, weiß ich Bescheid, ne? Alle meine Zuschauer haben das jetzt gesehen. Also, die Wunder in der Bahne, wenn deine Wunder hier ist, die geht auf dich. Äh, ich schwimm krank. Nee, da hast du jetzt verkackt. Oh, ja. Wenn der Ranias kocht, dann spuck ich dir ins Essen. Soll ich gar nicht so nah an den Herzen. Ey, Mann! Krack, Tobi, wenn ich koche, koche, kann der sich auch immer aus der Küche verziehen. Brauchst du da so deine Freiheiten? Ja. Soll ich wieder sehen, wie ich meinen atomenbetriebenen Ofen benutze. Ey, ein richtiger Treffer und ich bin weg. Ey, ich beschütze dich so. Ja, komm, dein Beschützen hab ich grad gesehen. Er hätte ja noch schießen können mit den Kräften. Ich weiß, das ist eigentlich zu früh. Auf die Monja wechseln? Aber... Ich bin gleich weg. Ja, jetzt bin ich weg. Mal gucken, ob ich noch kriege. Ey, ey. Tobi! Tobi! Ich mag dich! Was? Was? Ich mag dich! Ich mag dich! Wegen Entfernungsverringerung und so. Ich friss die ein bisschen wenigstens. Ein, zwei. Zwei hat sie ge... Ja, und Wassereinbruch. Vielleicht krieg ich den Kilian noch gutgeschrieben. Ach, Mann. Soll ich mich... Jetzt soll ich mir auch schnell... Du bist ein Abstauber vor dem Herrn, das gibt's gar nicht. Nein! Ey! Ey! Ey, du... Und immer noch... Immer noch full life, weißt du? Ich bleib gut! Nein! Du bist einfach nur feige und hinterhältig! Pff! Ja! Pff! Ne, das ist dein Argument! Sagt er Pff! Ah! Ja! Oh Mann! So, also wir lassen Tobi jetzt mal hier unten allein und gehen hoch da... Da, wo grad noch ein bisschen Action ist. Wo denn? Bei der... Dugarri... Bei der Dugarri... Was? Dugarri... Dugarri... Gesundheit. Und die Action ist hier auch. Wobei, also wieder zurück zu Tobi. Na, aber wo... Wo ist denn jetzt... Der... Warte, dann muss ich ja doch wieder zurück zu dir. Nee, stimmt, ja. Du hast da... Hast da keine 21 Kilometer Range. Ah! Ich wär... nicht auf meine... Mexiko. Hast ja die 21 Kilometer, ich bitte dich. Hallo? 20 Kilometer, ja. Ihr seid unglaublich. Der Carrium ist auch da... Die Unglaublichen! Jetzt noch mit zwei Fettsäcken! Wirklich? Ha! Die Unglaublichen! Heute noch unglaublicher! Und noch viel fetter als sonst! Ey! Sprich bitte nur für euch! Ja! Hab ich doch auch... Das klang aber nicht so... Ne, das ist halt wieder da hin, oder? Ähm... Näppchen! Schlachtschiff! Ich weiß nicht, ob du's... Aber ich... Bremse... Das war ich! Ich spiel' grad'n Läffer! Warum... machst du das? Weil ich mich grad'n langweile! Weil Tobi so langsam ist! Das ist echt langsam, ne? Ja, das ist ja... Soll' wir den anschieben? Ey, warte mal! Wenn wir... in der Munitionskammer so'n bisschen Feuer geben! Meinst du, das könnte helfen? Ich fang' an, da drin zu rauchen! Das passt schon! Hä! Ich kann dafür nicht, wenn das Schiff langsam ist! Ja, du hättest einfach mal weniger... Nahrung mit drauf nehmen können! Äh, muss ja! Ja, ey! Oh, shit! Nein! Jetzt! Warte! Und die 4 Tonnen Kokain! Äh, was? Was? Für wie viel Lines? 4 Tonnen? Rechne dir das mal um! 2 Gramm pro Nase! Äh... 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 Gramm macht 4 Millionen, macht 2 Millionen auf 2 Gramm! Genau! 2 Tonnen Match kannst du damit schnupfen lassen, ein Tuch! Ah, schön! Mann, uh! So! Werden jetzt Torps geschwissen! Ich will den Keller haben! Wann hast du für ne Range? 11 Kilometer? Äh... 11, komm... Äh... 15,1! Ich bin ja doof! Der wollte erst per Handshake begrüßt werden! Vorher kann er nicht auf den schießen! Möchtest du gut gekauft, oder was? Ja, ich bin ja höflich! Hallo! Richte dich mal seelisch drauf ein, dass ich dich gleich abschießen werde! Brüste rüber! Ey! Darf ich auf dich schießen? Bei Möglichkeit bitte nicht! Scheiß drauf! Hast du Blackjack und Nutten gehört? Was? Blackjack und Nutten? Das wollte ich eigentlich als nächstes Wochenende machen! Woher weißt du das? Was? Na sie? Was haben alle mit Blackjack und Nutten? Ich kann damit überhaupt nichts anfangen, aber da scheint hier irgendwie so ein bisschen... Was hat man dort gesteckt? Zum einen, weil du bei Blackjack keine Ahnung hast, wie das funktioniert... Und zu Nutten kann ich nur sagen, du weißt, was da unten drinne gesteckt hat, also bitte nicht! Hä? Hä? Okay... Ja, ey, wer weiß, wer die, wer die grobe Daten drin war, also... Ja, da möchte ich nicht drüber nachdenken! Wo soll ich hin? Nossi, wieso? Wo willst du denn hin? Ich bin... Der gehört mir, Jungs! Soll ich doch! Die Hengley! Ach komm schon! Ach, was waren das für schöne Zeiten, als da doch der Lehrer, die erst drin saß! Er hat die doch noch gekriegt durch den Brand! Nee! Tobi, ich kann dich nicht leiden, weißt du das! Du! Abstauber! Mit Deine! Deine! Mit Öl! Mit Öl! Öl! Nö! Ich bin gut, ne? Ich bin einfach geil! Feiert raus ne echt gute Party!